Ein herzliches Willkommen, mein Name ist Martin Gruschitz. Wir sehen uns heute zum zweiten Teil des Videos über die Gewehre von Mannlicher, beginnend beim Modell 1885 bis zum Modell M95. Wir haben im ersten Teil schon einiges über die Geschichte der Waffentechnik von Mannlicher und von Herrn Mannlicher selbst gehört. Heute geht es mit einigen hoffentlich anderen interessanten Dingen weiter. Aufgrund der Entwicklung, vor allem in der Stahltechnik, war es schon wenige Jahre später möglich, hochfesten Stahl mit geringerer Wandstärke zu fertigen und als Ergebnis daraus konnten die vorhandenen Mannlicher Gewehre überdacht werden. Das Prinzip des M90 mit dem Drehkopfverschluss hat sich als besonders geeignet erwiesen. Und so hat man gesagt, wenn das schon ganz gut funktioniert hat, wollen wir die Erfahrungen aus diesem Karabiner und die Möglichkeiten, die uns jetzt die neue Stahltechnologie gibt, nutzen und machen daraus ein neues Standardgewehr. Nur noch einmal kurz, im Abriss 1885 das erste mannliche Repetiergewehr, gleich gefolgt vom Modell 1886, das ein wenig verbessert war, wiederum zwei Jahre gefolgt vom Modell 88, zwei Jahre später vom Modell 90. Und wir sehen hier jetzt fünf Jahre später wieder ein neues Gewehr. Also es ist Schritt für Schritt ganz, ganz schnell gegangen. Und diese M95, wie es dann geheißen wurde, wurden ab 1895 zur Erprobung in der Armee angenommen. Ich habe vor einigen Jahren die Gelegenheit gehabt, auch ein Gewehr zu betrachten, das tatsächlich 1895 abgenommen war. Die Abnahmestempel, auch etwas typisch österreichisches, das Baujahr, oder besser gesagt das Jahr, wenn es von der Armee abgenommen, also für in Ordnung befunden wurde, wurde hier immer an der Laufwurzel eingeschlagen. Dieses frühe M95, das auch tatsächlich 1895 abgenommen war, unterscheidet sich nur in ganz geringen Punkten vom späteren Standardmodell. Die Form des Laufrings war ein wenig anders. Die Befestigung mit der Schraube hat tatsächlich noch ein wenig improvisiert und händisch gemacht, gewirkt. Im Schaft findet sich bei diesem Gewehr dann auch noch ein Logo. Man erkennt also, das war ein tatsächlich zivil gefertigtes Gewehr, das einfach für Versuche herangenommen wurde. Diese Versuche haben sich auch sehr erfolgreich erwiesen und 1896 wurde dieses Gewehr dann auch tatsächlich angenommen. M95, hier merkt man das in der Modellbezeichnung, heißt also nicht, dass das Gewehr schon 1895 auch tatsächlich angenommen wurde, sondern erst ein Jahr später. Wir haben hier das klassische Infanteriegewehr mit dem großen Rahmenvisier. Dieses Gewehr stammt aus dem Jahr 1898, ist also sehr, sehr früh gefertigt. Man sieht das auch noch an der sehr, sehr guten Qualität der Verarbeitung. Das hat dann im Krieg ein wenig anders ausgeschaut. Hier aber wesentlich mit dem Gewehr wurde auch ein weiterer Laderahmen oder Magazin verwendet. Dieser Laderahmen M90 wurde ganz neu beim Karabiner 90 eingeführt. Man erkennt den Unterschied. Die Größe ist zwar gleich, es sind auch beide in beiden Gewehren verwendbar. Allerdings haben wir hier wiederum eine etwas leichtere und einfachere Bauart. Geladen wird das Gewehr. Wir schauen uns das dann am Schießstand noch an, in dem der Verschluss durch Zurückziehen geöffnet wird. Der volle Rahmen wird dann eingesetzt. Beim Vorschieben des Verschlusses wird die Patrone in den Lauf repetiert. Auch das werden wir uns am Schießstand dann genauer anschauen. Und nachdem die letzte Patrone verschossen wurde und der Verschluss geöffnet wurde, fällt der Rahmen dann an der Unterseite leer heraus. Die Sicherung bei diesem Gewehr ist seitlich angebracht. Wir können im gespannten Zustand wie auch im entspannten Zustand sichern. In diesem Zustand lässt sich der Verschluss dann nicht mehr öffnen. Gefertigt wurden die Gewehre dieser Zeit sowohl bei der Waffenfabrik in Steyr als auch bei der neu gegründeten Fabrik in Budapest. Erkennbar jeweils durch die andere Beschriftung Steyr bzw. Budapest. Hier Budapest. Beide sehr frühe Fertigungen. Hier eben 1898 dieses Gewehr aus dem Jahr 1900. Vielleicht noch etwas, was an dieser Stelle ganz interessant ist. Wir haben nicht nur die unterschiedlichen Firmenbezeichnungen Steyr und Budapest. Wir haben auch bei den Kontrollstempeln in Steyr jeweils ein K und in Budapest ein R. Mit diesem System an, wie es amtlich geheißen hat, Repetiergewehr mit Repetierkarabiner, mit Repetierstutzen, mit Repetierstutzenkarabiner und mit Repetierkarabinerstutzen. Fast ein Zungenbrecher. Da ging man also in den Krieg. Das Gewehr hat sich in dieser Zeit durchaus bewährt. Vorteil war, dass die Patrone 8x50 durchaus militärisch präzise geschossen hat. Ein großer Vorteil für die Soldaten war die schnelle Bedienung des Verschlusses. Der Verschluss ließ sich ganz schnell zurückziehen und wieder nach vorschieben, um nachzuladen. Das führte dazu, dass die Soldaten dieses Gewehr auch Ruck-Zuck-Gewehr genannt haben. Einerseits, weil es ruck-zuck gegangen ist. Und andererseits, weil das Geräusch beim Repetieren lautmalerisch mit Ruck-Zuck umschrieben werden konnte. Nach dem Krieg die Monarchie zerfällt. Es entstehen viele neue Nationalstaaten. Und so war es an der Zeit, die Millionen Waffen vom System M95 aufzuteilen. Die neu entstandene Tschechoslowakei, aber auch der SHS-Stadt, das spätere Jugoslawien und viele, viele Ungarn und viele, viele anderen erhielten. Erhielten Gewehre System M95, Karabiner M95 und es wurden schon während des Krieges Versuche gemacht, die Gewehre, wenn beispielsweise der Lauf nicht mehr in Ordnung war, zu kürzen. Man erkennt diese gekürzten Gewehre vor allem daran, dass sie nicht das kurze Visier der ursprünglich schon als Karabiner, Stutzenkarabiner etc. gefertigten Waffen aufweisen, sondern dann die langen Visiere vorhanden sind. Man erkennt, dass die Bohrung für diese Schraube dann im neuen gekürzten Schaft verschlossen ist. Und man erkennt es auch an leichten Änderungen an der Vorderseite des Schaftes. Gleichzeitig ist auch hier die Entwicklung in der Munitionstechnik fortgeschritten. Auch in Österreich vor 1914 wurden schon Versuche gemacht, ähnlich wie es Russland, ähnlich wie es Deutschland gemacht hat, die Patronen auf ein Spitzgeschoss umzurüsten. Spitzgeschoss, ein Spitzgeschoss, das etwas kleiner sein sollte, ein Spitzgeschoss, das tatsächlich eine ganz andere Geschossform, nicht mehr ogival wie bei den alten M93-Patronen, sondern eben spitz sein sollte. Das alles sollte zu einer Erhöhung der Bahnrasanz, also zu einer gestreckteren Flugbahn führen. Konnte aber aufgrund des Geldmangels vor dem Krieg nicht mehr umgesetzt werden. Und so hat in den 20er Jahren vor allem die Firma Hirtenberger Patronenfabrik gemeinsam mit dem Bundesheer diese Entwicklung eigenständig weiter vorangetrieben. Und das Resultat dieser Entwicklung ist dann die letzte mannliche Patrone, wenn man so will, die 8mm Patrone M30S, S für das Spitzgeschoss. Noch einmal im Vergleich dazu hier das Ogival-Geschoss, hier die Spitzeform. Und damit wir eben mehr Pulver unterbringen, erkennt man hier auch, glaube ich, ganz gut, dass die Patronenhülse länger und voluminöser damit wurde. Die vorhandenen Waffen wurden umgeändert. Man sieht das an zwei Dingen. Wenn wir hier die Skalierung des Rahmenvisiers für die 8mm Patronen betrachten, ist das eine andere als bei den umgeänderten Gewehren. Es musste hier vor allem neben leichten Änderungen im Gehäuse das Patronenlager aufgerieben werden. Patronenlager, die geändert wurden, haben an der Laufoberseite ein großes S eingeschlagen bekommen. S für das Spitzgeschoss. Auch hier, man hat das in Österreich beibehalten, wurden die geänderten Waffen dann wieder mit einem Abnahmestempel an der Laufwurzel versehen. Hier bei diesem Gewehr sieht man, dass es 1933 umgeändert wurde. Auch die Ungarn haben dann diese Änderungen vollzogen, während bei uns schon 1930 eingeführt, in Ungarn erst 1931. Deswegen heißt die Patronenungarn auch M31. Sonst technisch gleich geblieben, werden diese Gewehre nach und nach, zuerst vom Bundesheer, dann von den staatlichen Stellen, wie beispielsweise Finanz und dergleichen und später dann von den Wehrverbänden nach und nach umgeändert. Die Änderung geht sich allerdings bis zum Jahr 1938 nicht aus und nach dem Einmarsch deutscher Truppen wurde dieses Projekt im Großen und Ganzen eingestellt. Im Krieg kamen diese Gewehre an untergeordneten Stellen noch zum Einsatz. Es ist aber schon davon auszugehen, dass das natürlich nicht mehr bei den Truppen die Standardbewaffnung war. Nach dem Zweiten Weltkrieg, immer noch nicht in Vergessenheit geraten, wird dieser M95 dann auch noch zur Standardbewaffnung der B-Gandammarie, bis er dann vom Karabiner M1 abgelöst wurde. Die anderen Staaten, ich habe erzählt, nach dem Ersten Weltkrieg wurden vor allem die ehemaligen Staaten der Donau-Monarchie, die sich dann als Nationalstaaten neu gegründet haben, mit überzähligen Waffen versorgt. Und dort hat man dann auch nach und nach begonnen, die Waffen abzuverkaufen. Und so existieren noch aus den 1960er und angeblich auch aus den frühen 70er Jahren Fotos in den Zeitungen, wo man in den afrikanischen Unabhängigkeitskriegen und in diversen Aufständen in Afrika immer noch diese Gewehre bei den Aufständischen findet. Damit endet aber dann auch die militärische Verwendung. Also die letzten bekannten Einsätze, wenn man so will, hat es dann wirklich in Afrika in den 60ern und vielleicht noch frühen 70er Jahren gegeben. Das Interessante an diesen Gewehren ist die lange Verwendung. Wenn man hier schaut, das Modell 95, das in Österreich bis in die 1950er Jahre hinein staatlich verwendet wurde. Es gibt ein unglaublich breites Sammelgebiet. Ich rufe noch einmal kurz in Erinnerung die ganzen unterschiedlichen Formen vom Gewehr über Karabiner, Stutzen, Stutzenkarabiner etc. Also für Sammler ein sehr, sehr breites Spektrum. Ebenso interessant ist die Munitionskunde zu diesen Gewehren. Auch hier gab es unglaublich viel Versuche von unterschiedlichsten Geschossen, vor allem im Krieg in unterschiedlichen Formen, von Spitzgeschossen der Firma Alder zur sogenannten Ballonpatrone. Also wenn man so will, eine Art Sprenggeschoss. Das alles wurde aus dieser Waffe verschossen. Aber auch drumherum gab es einiges. Umfangreich eben nicht nur die Vielfalt an unterschiedlichen Formen und Längen, sondern hier gibt es auch für das Sammlerherz unterschiedliches Zubehör, das gesammelt werden kann. Ich habe jetzt hier nur einige Dinge beispielhaft hier. Riemen gab es auch in unterschiedlichen Formen. Die Gebirgstruppen zum Beispiel hatten einen Riemen, den sie leichter verstellen konnten. Wir haben hier ein Bajonett in der Ausführung mit Portepee-Bügel, wo also hier dieses Portepee befestigt werden konnte. Das gab es auch ohne für den Standardsoldaten. Wir haben hier einen Putzstock zum M95, dreiteilig jeweils hier zusammengeschraubt. In österreichischer Gründlichkeit wurden auch hier die Putzstöcke abgenommen, also mit dem Stempel versehen, wenn sie überprüft wurden. Wir haben Patronentaschen in unterschiedlichen Ausführungen, einteilig oder zweiteilig und ein besonders nettes und interessantes Zubehör, ein sogenannter Einstecklauf, wie er in der Zeit der Ersten Republik zum Üben, zum Trainieren verwendet wurde. Dazu wurde der Zylinderverschluss aus der Waffe herausgenommen und der Einstecklauf hier eingesetzt. Mit dieser Schraube wurde dieser Einstecklauf hier in der Ausnehmung für die Sicherung befestigt und so konnte mit günstigen Patronen auf kürzere Entfernungen geübt werden. Dieses Schießen mit kleineren Patronen kennen wir schon aus der Monarchie. Da gab es sogenannte Kapselschusseinrichtungen, wo mit, wenn man so will, Zündhütchen in einer ganz speziell vorgeformten Patronenhülse nur ein Bleigeschoß aufgesetzt wurde und dann damit auf sehr kurze Entfernung geschossen wurde. Ebenso eine Entwicklung aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Nachtvisiere, also auch hier gibt es viel, was als Zubehör noch gesammelt werden kann. Ich schlage aber vor, dass wir uns jetzt anschauen, wie man Patronen zu diesen Gewehren macht und dann fahren wir wieder auf den Schießstand und schauen uns an, was diese Waffen trotz ihres Alters heute noch zu leisten müssen. Wir sind jetzt beim Fertigen von Munition für dieses Gewehre und das stellt uns ein wenig vor Probleme, denn heutzutage werden zumindest nicht im großen Stil keine Hülsen mehr im Kaliber 8x50R militärisch 8mm Patrone M93 mehr gefertigt. Wir müssen also einen Trick anwenden, um uns Hülsen zu beschaffen. Dieser Trick ist es, wir können sehr gut Patronenhülsen im Kaliber 7,62x54R abändern, umformen, um 8mm M93 Patronen zu fertigen. Das beginnt einmal da wird, dass wir die Hülse der 7,62x54R, der sogenannten Nagantpatrone, von 54mm auf 50mm kürzen. Man erkennt das hier, glaube ich, schon ganz gut. Als nächsten Schritt, und da ist es wichtig, dass man gut fettet, als nächsten Schritt müssen wir diese Hülse dann umformen. Dazu fetten wir außen gut und wir fetten die Hülse innen. Wir fetten also die Hülse sowohl außen als auch innen gut, weil es für die Hülse doch ein großer Schritt ist, von 7,62mm auf 8mm aufgeweitet zu werden. Zu diesem Zweck können wir die normale Matrize zum Kalibrieren verwenden, müssen nur mit etwas mehr Kraft hier arbeiten und haben sie jetzt geringfügig aufgeweitet, so dass uns 8mm Geschosse in den Hülsenmund hineinpassen. Ausgangshülse, so schaut sie jetzt aus. Die Form hier passt noch nicht optimal, die wird beim ersten Verschießen durch sogenanntes Feuerformen dann auf den auf die Form des 8x50 Patronenlagers umgeformt. Als nächstes können wir das Zündhütchen setzen. Wir setzen hier jetzt das Zündhütchen. Jetzt haben wir das Zündhütchen gesetzt. Die 8x50 hilft uns bei der Geschossauswahl mit einem Geschossdurchmesser, einem sogenannten Diameter von 0,2 äh von 0,323 Zoll. Ich verlade schwere Geschosse, so wie es damals üblich war. Ich verlade allerdings keine Rundgeschosse, sondern heute Spitzgeschosse. Wir füllen das Pulver und als nächsten Schritt setzen wir das Geschoss. Wir haben jetzt das Pulver in die Hülse gefüllt, nehmen das passende Geschoss, setzen es an der Hülse an und lassen das Geschoss setzen. Fertig! so schaut das fertige Produkt aus, das wir jetzt dann gleich am Schießstand auch probieren werden. Als kleiner Hinweis, bei manchen Hülsen im Kaliber 7,62x54R ist hier der Randbereich am Boden etwas zu dick. Bitte vor dem Laden am Gewehr probieren. Es kann nötig sein, dass man den Boden an der Drehmaschine ganz leicht kürzen muss. Man sieht das sehr schön, hier ist die Originalschrift vom Original Hülsenkaliber noch zu erkennen. Hier schon etwas überdreht, etwas weniger und hier dieser Rand war besonders dick, musste deutlich mehr weggedreht werden. Hier ist die Originalbeschriftung nicht mehr zu erkennen. Das ist auch in Wirklichkeit wünschenswert, weil es dann keine Verwechslungen mehr bei den Patronen geben kann. Kurzer Abstecher, wir laden die 8x50, die 8x6, die 8x50R, diese 8mm M30S, mit der etwas großvolumigeren Hülse, von der wir vorhin gesprochen haben, ist im Handel erhältlich, da ist das Wiederladen nicht ganz so wichtig. Wenn man die Patrone lädt, muss man allerdings neben der anderen Hülse auch einen anderen Geschossdurchmesser verwenden. Die 8x50 hat wie gesagt 0,323 Zoll, die 8x56 hat dann schon 0,330 Zoll Geschossdurchmesser. Gut, soweit. Ich schlage vor, wir sehen uns gleich am Schießstand an, was wir hier von der Präzision her zustande gebracht haben. So, wir sind jetzt am Schießstand und schauen uns an, wie die Patronen, die wir uns gemacht haben, funktionieren. Mitgenommen habe ich ein Repetiergewehr, mannlicher 95, späte Fertigung aus der Zeit des Ende des Ersten Weltkriegs. Man sieht das auch sehr schön am verwendeten Holz. Nussholz als Schaftmaterial war da schon knapp. Man hat in dieser Zeit auch Alternativen wie Ahorn und Rüster, also Ulme verwendet. Man erkennt das dann auch an den Buchstaben. Hier das R für Rüster, für Ulmenholz. Da haben wir das Magazin M90, kurz der M95er Laderahmen, umgangssprachlich. Wir geben jetzt die Patronen hier in den Rahmen hinein. Der Rahmen kommt jetzt dann hier hinein und wird kräftig hineingedrückt. Wir sind schießbereit und schauen wir, wo die Treffpunktlage liegt. Wir schießen jetzt, wir verwenden das Rahmenvisier, wir verwenden die Einstellung für 500 Schritt. Die niedrigste wäre aber, wenn das Visier aufgeklappt ist, die Einstellung 300 Schritt hier. Ich kenne die Treffpunktlage bei 500 Schritt allerdings ganz gut, deswegen verwende ich das. nicht schießen wollen, dann kann man hier mit dem Haltehebel des Rahmens den gesamten Laderahmen auch wieder entnehmen. Wir wollen aber schießen, deswegen lassen wir ihn drinnen. Wie die meisten Ordnanzgewehre hat auch dieses Gewehr einen Hochschuss, die Patronen waren damals anders geladen, als wir es jetzt gemacht haben, aber man sieht trotzdem, das Gewehr ist 125 Jahre alt und wenn man diesen Hochschuss korrigiert, ist die Schussleistung immer noch sehr gut. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020